Wir waren das zweite Mal im LA Forum in Los Angeles, California, in der zweiten Woche vom Januar. Auch jetzt hier im Jahre 2023, AEW Dynamite und AEW Rampage, ja, waren die Shows für AEW diese Woche. Und wir werden beide besprechen, einige News natürlich auch. Und ja, vor allem die Dynamite war richtig stark. Und warum, das erfahrt ihr in der Elite aber. Viel Spaß! Musik Musik Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück mit eurem AEW-Podcast und hier auf WrestlingInfos.de. Und ja, es war eine interessante Woche. Wir waren wieder im LA-Forum, oder im KIA-Forum heißt es ja, glaube ich, mittlerweile. Natürlich in Los Angeles, California. Und das war das zweite Mal für AEW. Und es war eine super Show, zumindest Dynamite. Rampage fand ich jetzt mal wieder. Ihr kennt es, nicht so toll. Aber das ist ja trotzdem ganz interessant zu besprechen, denn ich darf das machen heute. Ich bin da übrigens mit der Kata. Hallo. Halli, hallo. Ja, Kata, fandest du das auch so? Ja, aber ich glaube, das fanden die meisten so. Das ist halt echt schade, ne? Jedes Mal. Es ist immer wieder die gleiche Leier. Dynamite ist immer mega stark. Du kriegst in zwei Stunden Pay-Per-View. Und dann bei Rampage, das kann halt so gut wie gar nicht damit halten. Naja, die Women's-Fäde war jetzt halt nicht unbedingt red hot. Vor allem nicht für Leute, die jetzt irgendwie Dark und Dark Elevation oder so schauen. Deswegen war das Main Event natürlich nicht so krass gezogen. Auch wenn ich cool fand, dass die Women's Division das Main Event bekommen hat. Ähm, ja, der Rest war ganz cool. Also eigentlich fand ich sie gar nicht so schlecht, aber es war jetzt halt ein Kontrast zu Dynamite natürlich. Wenn es eine schlechtere Dynamite gewesen wäre, vielleicht würde man die Rampage dann noch besser bewerten? Ja, vielleicht schon. Ähm, ich fand sie jetzt auch jetzt nicht schlimm oder so, nur... Ja, hätte ich sie jetzt nicht geschaut. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich nur die Clips gesehen auf Twitter von dem, äh, absolut, äh, Todes-Bump nach der Power-Bump da von Willow gegen NRJ. Äh, das hätte ich gesehen und hätte wahrscheinlich trotzdem deswegen das Match geschaut. Aber so die ganze Show, ich weiß ja nicht. Also Darby gegen True ist klar, ist eine coole Ansetzung. Gerade auf jemanden wie mich, der halt New Japan auch schon seit Jahren verfolgt. Und True Robinson war ja dann doch ein sehr, ja, regelmäßiger Teil der New Japan-Shows. Von daher, ja, war das schon eine interessante Ansetzung. Aber das hat jetzt auch nicht wirklich, ähm, alles rausgerissen, ne? Also das fand ich jetzt... Es war eher das safeste Match, was Darby hier hatte geführt. Ja. Das schon. Also es war wirklich einfach nur ein TV-Match. Also so wie man's, äh, wie es, ja, vor 20 Jahren auch hätte passieren können. Ob Darby jetzt endlich vernünftig wird? Nein. Ich seh schon wieder. Der wrestet am Wochenende gegen, ähm, gegen Hakushi, Akira und vor allem Naomichi Marufuji. Ich glaub, und Marufuji hat schon geschrieben, er hat Bock gegen ihn zu wrestlen mit einem, diesem Totenkopf-Symbol, mit diesem Emoji auf Twitter. Okay. Das war schon sehr interessant. Äh, ja, nach dem Motto, da wird was passieren am Wochenende. Ähm, wird interessant. Ich weiß nicht, ich glaub nicht, dass ich live schauen kann, die Show. Das ist ja die, die, die Muto, ne, nicht Muto-Final, die Muta, Great Muta-Final-Show. Final Bye-Bye. Äh, in der Yokohama-Arena. Äh, ja, Darby und Sting mit Great Muta im Team. Das ist halt auch schon... Eine extrem coole Ansetzung. Ja. Also es wird jetzt kein, äh, Wrestling-Klassiker, aber das Match wird bestimmt Spaß machen. Ich denke auch. Also allgemein die Card, ich finde die letzten vier Matches, die kann man sich geben, wenn ich mir die Card so anschaue. Äh, wir haben, glaub ich, ein MMA-Rules-Match, ich glaub mit Sakuraba gegen Suzuki. Also nicht Minoru Suzuki, sondern Hideki Suzuki. Äh, ich glaub, dann gab's noch ein Tag-Match, glaub irgendwie ein Multiman-Tag-Match. Mit ein paar Luchas, Lucha-lose und ehemaligen Indie-Restern, Ninja Mac und Dante Leon sind da zum Beispiel dabei. Die dürften vielleicht einigen was sagen, die ein bisschen GCW geschaut haben die letzten Jahre oder überhaupt Indie-Restling in den USA. Und, ähm, ja, ansonsten. Ich mein, klar, am Wochenende haben wir natürlich noch L.I.J. gegen Kongo bei Wrestling Kingdom. Also einiges vor wieder am Wochenende, aber, ja, wir haben natürlich auch AEW Dynamite und AEW Rampage. Auch wieder jetzt nächste Woche natürlich, aber dazu kommen wir am Ende. Ja, wir waren letzte Woche für euch ja dann schon, äh, in Los Angeles, wie schon angekündigt. Und, äh, ja, da haben wir auch eine kleine Frage natürlich für die Quizmania hier bei Wrestling Infos. Und zwar ist die heutige Frage, welches Match stand bei der ersten Show im L.A. Forum, das war am 1. Juni 2022, also welches Match stand bei der ersten Show im L.A. Forum von AEW bei Dynamite im Main Event? Das war ein Singles-Match, das kann ich schon mal sagen. Die Antwort werden wir dann am Ende geben, wenn ich dran denke. Wenn nicht, Kata denkt dran. Ich versuche dran zu denken. Okay. Ja, AEW Dynamite, aber das war, das war super. Das war eine richtig, richtig gute Show. Ich muss sagen, so vom, vom Flow her hat mir die nicht so gut gefallen, wie die letzte Woche in Seattle irgendwie. Aber es war halt schon so von den Ansetzungen her, man muss einfach sagen, das war ein gefühlter Mini-Pay-Per-View. Also das war mega stark. Also theoretisch könnten die jede Woche so eine Show raushauen, ne? Und die Leute, die sie haben, theoretisch. Ja, aber dann wird man als Zuschauer irgendwann müde und dann hast du nicht mehr so die Highlights. Also ich finde, es muss auch ein paar ruhigere Episoden geben. Vor allem, wenn man dann zwischendurch, ich meine, das war ja nicht mal eine Specials-Folge, das war ja einfach nur eine normale. Und wenn die dann schon so raushauen, die willst du dann mit einem Pay-Per-View überraschen, ne? Ja, schon, aber du hast halt das Talent, oder das Talent, die Talente dazu, um das halt eigentlich zu machen. Weil du könntest jede Woche Danielson, Takeshita, ich sag jetzt mal noch Moxley, Hangman Page, Claudio, Jericho. Du könntest die halt alle in irgendein Match stellen, sei es Take-Match oder Singles-Match oder Trios-Match. Und Kenny, die Young Bucks, du könntest halt mit ihr Death Triangle, du könntest halt wirklich gefühlt jeden da, jede Woche da reinstellen. Gegen, in irgendwelchen Kombinationen, die hätten halt, ich glaube, die Leute würden es einfach feiern, weil es einfach cool wäre. Ich finde allgemein, so bei AEW manchmal, was ich ein bisschen vermisse, ich finde New Japan macht das halt ein bisschen viel. Oder allgemein in Japan, diese ganzen Multiman-Tags immer, mit den ganzen Stables. Das ist schon sehr viel in Japan, aber ich finde gerade bei AEW macht man es ja selten, weil man halt jetzt auch die Trios-Teile hat, das verstehe ich auch irgendwo. Aber einfach mal so ein Main-Event, wo du die großen Main-Eventer-Babyfaces gegen die großen Main-Eventer-Heals hast oder so in einem Match. Ich weiß nicht, hätte bestimmt auch mal was. Könnte man auf jeden Fall machen, wenn man jetzt gerade nicht so viele Storys hat, weil so ein Match ist halt einfach mega, um Storys entweder, nein, nicht nur, um Storys anzufangen, eigentlich auch, um Storys weiterzuführen. Genau, genau, ja. Und ja, es kommt halt immer darauf an, es gibt halt nicht so riesige Factions. Und Faction gegen Faction haben wir ja schon relativ häufig. Was mir da so am ehesten gerade rankommt, ist halt so das ganze AEW-Main-Event-Frauen-Geschehen, sage ich jetzt mal, mit Bonnie Storm, Soraya. Ja, wahrscheinlich, ich würde jetzt mal tippen, nach dem Enkel, was sie gemacht haben, irgendwann wahrscheinlich mit Elfina oder so, oder jemand anderes, der halt von WWE noch ehemals war, gegen Britt Baker, Jamie Hayter und wahrscheinlich Hikaru Shida, schätze ich jetzt mal, so als Six-Women-Programm, mit den ganzen Top-Leuten der Frauen. Das wäre eigentlich echt cool, weil so hast du eine coole Dynamik, du kannst verschiedene Titel-Matches aufbauen. Ich denke, jeder wäre auch zufrieden mit irgendeiner Kombination, um den Titel. Ich glaube, da hätte keiner ein Problem, wäre von den anderen dann Jamie Challenge oder so. Da kannst du so viel machen, also das finde ich halt cool. Das würde ich mir bei den Männern auch ein bisschen mehr wünschen. Man hatte halt schon, wie du sagst, die ganzen Ergruppierungen und diese ganzen Fäden, jetzt Pinnacle oder Inner Circle oder JAS, Blackpool Comic, das hatte man natürlich schon. Aber ich meine jetzt gar nicht so auf dieses, dass man immer dieses Endziel hat von Blood and Guts, sondern einfach, ja, alle paar Wochen, dass man halt einfach mal so ein Tag-Match hatte. Ich glaube, letztes Jahr, da hatten wir bei irgendeiner Show random einfach CM Punk und Jon Moxley gegen FTA. So, weißt du? Komplett random. Das war halt nicht so krass angekündigt oder hatte nicht so einen krassen Fädenbezug. Aber das war halt geil, ne? Du hattest halt ein geiles Tag-Team-Match mit zwei großen Main-Eventern drin. Und FTA, die waren auch gerade auf dem Aufmarsch, sage ich jetzt mal, was Faceturn angeht und so. Das hat schon gepasst. Aber gut, diese Woche oder letzte Woche war ja echt eine richtig krasse Show, was Pay-Per-View-würdige Matches angeht. Eins davon war natürlich Hangman Page gegen Jon Moxley. Ich habe mir einfach dahinter geschrieben, wow, mit drei Ausrufezeichen. Das war auch wieder genau mein Match. Ein richtig geiler Fight. Genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, Hangman gewinnt tatsächlich. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich tritt jetzt Moxley endlich mal seinen wohlverdienten Urlaub an. Kann das sein? Kann sein. Es ist auch erst, warte mal. Also er wurde erst irgendwie sechsmal oder so besiegt, ne? Und davon glaube ich nur, hm, ist Hangman vielleicht sogar erst der Zweite, der Enklin besiegt? Oder der Dritte? Gab auf jeden Fall. Wer hat Moxley überhaupt besiegt? Also ich glaube, Kenny, Lance Archer, hat den Mox noch besiegt. Das ist eine gute Frage. Ey, der hatte aber auch in letzter Zeit einfach gefühlt gegen jeden Matches. Das ist wirklich schwer, da eine Übersicht zu haben. Aber trotzdem, ich glaube, die wenigsten haben auf jeden Fall Cleen gegen ihn gewonnen. Und das waren auch bestimmt nicht sehr viele. Also bedeutet ein Sieg gegen ihn auf jeden Fall einiges. Gut, ja, also wie gesagt, Kenny hat ihn besiegt. Ja, aber das war ja auch nicht Cleen. Ja, dann Archer, das war halt nicht gepinnt, das war halt ein Texas Deathmatch. Dann natürlich Punk. War Punk Cleen, ja, ne? Ja, ja. Und sonst, na gut, MJF halt, aber das war auch nicht Cleen. Nee, das war... Und Hangman Page. Ja, sinnlich viele. Also ich glaube, es sind fünf, sechs Leute vielleicht insgesamt. Das ist schon Wahnsinn, wie AEW ihre Leute protectet, wenn man sich das mal anschaut bei den Main-Eventern, ne? Gut, Moxley war halt auch die ganze Zeit Babyface. Von daher, die musst du halt auch protecten, sonst... Ja, und auch irgendwie so die Seele der Company, ne? Ja, bei MJF ist das relativ egal, weil... Der hat zwar nicht so oft gerestet, aber... Der hat, denke ich mal, insgesamt auch schon mehr größere Matches verloren, als gewonnen, weil er halt einfach nie war, die ganze Zeit. Aber interessant, ja. Also ich wüsste nicht, wer den noch... Das ist eine gute Frage. Wer den noch besiegt hat. Aber das sind echt nicht viele. Also viel mehr als fünf sind es nicht. Das war schon ein sehr großer Sieg hier. Ich habe auch damit gerechnet, dass Mox gewinnt, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber dann hätte man Hangman... Na gut, man hätte es vielleicht als eine Return-Story erzählen können, aber schwierig. Dann hätte man Hangman halt gleich wieder vor die Wand gefahren. Denkst du? Naja, gut, er war jetzt halt... Die Story wäre ja realistisch gewesen. Er war jetzt länger raus, seit Oktober. Hat nicht gerestet. Ist ja eine realistische Sport-Story, sage ich jetzt mal. Wenn du halt nicht im Saft bist. Mox war halt noch Champion. Der hat noch Titel-Matches gehabt. Der hat jede Woche ihr Match gehabt gegen Top-Flight geführt. Von daher, der war im Saft die ganze Zeit. Und Hangman, der konnte nicht. Ist ja klar. Ja, aber glaubst du nicht, dass man Hangman hier aufbaut? Ja, natürlich, klar. Als Title und deswegen... Aber ich dachte, dass er dann... Liebe Grüße an deine Katze. Ich dachte, dass Mox hier gewinnt, dass man dann ein Rematch macht mit irgendeiner Separation. Dass dann Hangman gewinnt. So eine Brawl-Stipulation. Das habe ich letzte Woche schon mit Stefan so ein bisschen diskutiert. Deswegen dachte ich, dass Mox hier nochmal gewinnt. Und dann Hangman den großen Blow-Off gewinnt. Wie auch immer. Dann hast du Hangman als Contender. Ja, was hat er denn schwächer dargestellt, als er ist? Oder wahrscheinlich, als sie ihn haben wollen. Also ich würde... Ich nehme ihn so als Contender ernster. Ja, schon. Auf jeden Fall. Also logisch. Also klar. Ich denke, er wird jetzt auch die meisten Matches gewinnen in Zukunft. Ich weiß halt nicht, gegen wen man den jetzt fehlen lässt. Mir fällt jetzt halt echt hier keiner ein, der jetzt ein Pay-Per-View-Gegner für Paige wäre. Ja, muss ich ehrlich sagen. Gibt es noch einen Heal irgendwie? Vielleicht machen wir das gegen Joe, aber der ist ja jetzt auch nicht mehr TNT-Champ. Das ist schwierig. Fällt dir jemand ein? Kommt drauf an, was Adam Cole macht. Ja. Vielleicht war das nur eine Baby-Face-Promo und der haut uns gleich. Das fände ich eigentlich ganz cool. Hm. Weiß nicht. Würde mich jetzt nicht so abholen. Muss ich ehrlich sagen. Adam Cole und Adam Paige. Ja. Ich meine, das war letztes Jahr ja schon nicht so mega interessant. Leider. Ja, aber es könnte interessanter werden, weil sie haben ja beide... Ich finde es halt cool, weil sie haben beide eine Verletzungs-Return-Story. Das finde ich irgendwie ganz cool, weil da halt Parallelen sind. Ja, was man da machen könnte, definitiv. Und dann, wer auch immer da gewinnt, da könnte man halt echt mal so das allergrößte Number-One-Contenders-Match aufbauen oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Dass die jetzt erstmal gewinnen und dann beim Pay-Per-View gibt es halt dann das große Match zwischen den beiden und den beiden Verletzten aus 2022. Den beiden. Ja. Genau. Also man könnte vieles machen. Wie gesagt, Adam Cole gegen MJF, Adam Paige gegen MJF. Das kannst du beides machen. Ja, das ist egal, wer da jetzt gewinnt dann. Also machst du halt Adam Cole am Anfang und Adam Paige dann ein bisschen später. Das geht ja auch. Ja, das ist kein Problem. Aber ja, du hast es schon angesprochen. Tony Schiavone kam dann heraus und hat gemeint, es tut ihm nicht gut, diesen Mann willkommen zu heißen. Und ich dachte mir schon, okay, kommt jetzt doch MJF raus. Aber nein, es war Adam Cole tatsächlich. Er ist wieder zurück und hat, wie du schon gesagt hast, eine super Babyface-Promo gehalten. Anscheinend auch sehr, sehr viel erzählt, was viele Leute nicht wussten. Er hat ja echt, also von dem hat man ja an sich gar nichts gehört. Es sei denn, man schaut vielleicht seinen Twitch-Stream oder die Sache hier, mit ich glaube Claudio und Austin Creed und Matt oder Tyler Breeze, wie er früher hieß, die hier Uno zocken immer. Es sei denn, man schaut das, aber ansonsten. Ja, aber auch da hat er ja nichts gesagt, von wegen, wann er zurückkommt. Der ist da ja sehr vorsichtig. Genau. Anscheinend auch Pritz hat sich da irgendwie geäußert auf Social Media. Er konnte halt echt kaum was machen. Das war echt wütend. Und er konnte nicht reisen. Er hatte sehr schwierige, sehr schwere Kopfverletzungen gehabt und eine Schulterverletzung. Also sehr, sehr viel. Das hat mich schon mehr so ein bisschen an Kenny erinnert. Der hatte ja auch so mega viele Verletzungen gehabt. Er hat auch sehr, sehr lange ausgefallen letztes Jahr. Und ja, ich bin aber froh, dass er wieder da ist. Ich bin gespannt, was man mit ihm machen kann. weil, wie gesagt, sein der Kollegen hier, Bobby Fish ist ja nicht mehr da und Kyle Riley ist immer noch verletzt. Ich glaube, der hat immer noch eine OP oder muss die noch auskurieren oder so. Ja, irgendwie stand er, dass es auch irgendwie schlimmer ist als gedacht. War das nicht irgendwie in der News? Ich dachte irgendwie, dass der nach der OP irgendwie noch, ja, das könnte noch dauern. Das habe ich auch gelesen. Dass der jetzt erst vor kurzem eine OP hatte und das dann mit den Folgen jetzt erstmal noch klarkommen musste. Irgendwie sowas. Aber ja, die sind nicht mehr da. Das heißt, entweder man bringt den halt wieder zurück zu der Elite oder man macht mit ihm Einsen weiter als Babyface. Ich meine, im Endeffekt ist es ja egal. Bei Britt Baker und Jamie Hayter, ich meine, die sind ja auch so over momentan und eher mehr die Babyfaces in dieser Fede bei den Frauen, finde ich zumindest. Ja, warum nicht Adam Cole als Babyface behalten? Hätte ich nichts dagegen. Kommt halt drauf an, was man daraus macht. Ich mag ihn halt als Ziel einfach mehr. Als Babyface hat er mich nie so überzeugt. Wobei diese Promo nun jetzt wirklich wahnsinnig gut war. Ja, er kann halt eine Promo halten. Das ist halt das Ding. Da glaube ich, ist das relativ egal, ob hier oder Babyface ist. Ich glaube, deine Katze mag Adam Cole auch sehr. Ich bringe den gleich um. Weißt du, die eine Tür, ich habe hier zwei Türen in dem Zimmer. Die eine Tür ist zu, die andere ist offen. Er steht vor der Zunentür und maunst. Er könnte auch einfach bei der anderen Tür rausgehen. Nein! Geht nicht. Blödes Vieh. Jawohl. Jetzt wird er umgebracht. Oh Mann, oh Mann. Die Gewalt gegen Katzen geht los hier. So. Jetzt jagt er Fusseln auf der Tür. Also ja, alles wieder gut. Adam Cole ist wieder am Start. Ja, vielleicht macht man was gegen Hangman. Definitiv. Hangman hat ja auch ein Promo-Segment nächste Woche. Das wurde schon angekündigt mit Rene. Von daher wäre das eine Möglichkeit, dass dann Adam Cole den konfrontiert. Ja. Ansonsten, dann hatten wir ein nettes Tag-Match. Das war aber eigentlich nur für einen Spot da und zwar Jungle Hook. Also Jungle Boy, Jack Perry und Hook. gegen die Moriarty und Big Bill. Ja, der Suplex-Spot von Hook, den man ja die letzten Wochen schon angeteastert gegen Big Bill, der war halt natürlich der große Spot hier gewesen und der hat auch eine Riesenreaktion bezogen. Das sah auch cool aus. Ja, sah super aus. Also der Typ ist so riesig. Wenn Hook ist, gut, Hook ist halt auch schmächtig irgendwo, das sieht es noch krasser aus, aber der ist ja wirklich riesig. Der gute Big Bill, der gute William Morrissey. Ja, aber es war halt echt ein Vegas-Spot und dafür war das Match da. Das war ganz nett. Snare-Trap dann zum Finish gegen Lee Moriarty. Also ja, Jungle Boy und Hook gewinnen das Ganze. Ich bin mal gespannt, was man mit denen halt weitermacht, ne, weil ja. Das ist ein bisschen Beschäftigung für Jungle Boy, bis er seine Wandlung komplett vollziehen will, bis wir dann nur noch Jack Perry haben. Ich denke mal, das wird dann passieren, wenn Christian wieder da ist und bei Hook, ja, keine Ahnung, ich glaube, bei dem sind sie ganz froh, wenn sie irgendwas für ihn haben. Ich habe so das Gefühl, dass sie nur nicht genau wissen, wo sie hinwollen. Der muss halt einfach hauptsächlich noch Erfahrung sammeln. Wäre halt cool, wenn er mal eine Featured, ähm, eine Feder hätte, die ein bisschen länger gehe, ein bisschen mehr Fleisch hat, ein bisschen emotionaler wird, weil er ist halt immer noch ein bisschen Teflon. Gutes Teflon, aber er ist Teflon. Er verliert halt nie. Das ist halt bei ihm das Problem. Der ist so geliebt, der ist halt ein Babyface und der verliert halt nie. Du kannst nie irgendwie Heat King den generieren, so richtig. Ja, aber du kannst ihn ja mal verlieren lassen. Also wenn, ich meine, er hat wirklich eine große Fäde und die kann ja einfach definitiv auch einen Sieg gegen ihn bedeuten. Wenn man die längere Zeit zieht, ich sage jetzt nicht nur zwei Wochen, sondern wirklich einfach mal so vielleicht zwei Monate irgendwas ziehen oder so. Mhm. Vielleicht auch mit mehreren Leuten. Weil man hat so viele bei AEW teilweise, die jetzt nicht die riesen, riesen Stars sind, wie jetzt Moxney oder Jericho oder ja, MJF, die halt, ich sage jetzt mal als Mid-Kader oder Under-Kader, aber halt diese Undefeated-Streak haben. Das ist irgendwo blöd, weil du kriegst keinen Heat für die Matches. Weil du musst immer jemanden nehmen, der darunter ist, den die, jetzt jemand wie Hook oder Jade zum Beispiel, die die halt besiegen können. Ja, kannst du niemanden von weit oben nehmen. Das macht das Match halt, das nimmt halt den Heat komplett raus. Aber ich weiß nicht, ob man das bei Hook. Ich weiß nicht, ob man das bei Hook, Entschuldigung. Alles gut. Dass man da eben eine größere Fede mit ihm macht, mit jemandem, der ihn auch besiegen kann und dann vielleicht auch besiegt, dass er dann halt den Sieg sich irgendwann zurückholt, irgendwie wenn es dann um den Titel geht oder so. Weil um so einen Titelmatch auch mal aufzubauen für den FTW-Title von mir aus, dann besiegt den halt mal. Ist doch okay. Ich finde auch, der Undefeated Streak ist jetzt nicht unbedingt, das ist jetzt Teil seines Gimmicks, ja, aber sobald er andere Elemente dazu bekommt, dann braucht er das ja auch nicht mehr. Er hat es ja jetzt hauptsächlich, zumindest ist es mein Gefühl, dass er mehr zu seinem Charakter hat. ganz schlecht gerade aufs Deutsche übersetzen, dass er mehr Tiefe hat. So, jetzt habe ich es. Ja, genau. Das finde ich auch. Also er sollte da schon mehr machen jetzt oder es sollte mehr mit ihm gemacht werden. Ich glaube halt nicht, dass das mit Lee Moriarty oder Big Bill funktioniert. Nein. Also oder mit Stoke Lee Heathaway oder so. Das wird halt nichts. Muss ja auch nicht. Ich denke auch, dass Jungle Hook jetzt noch eine Weile zusammenbleiben kann von mir aus. Ich glaube schon, dass Hook von Jungle Boy lernen kann und jetzt nicht unbedingt promo-technisch, aber schon vom Match her und dass er einfach ein bisschen Beilen auf sein Fahrzeug bekommt, das war auch schon wieder scheiß ausgelöst. Heute ist Montag. Es ist so ein richtiger Montag. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe da momentan halt nicht viel. Ja, was ich mir wünschen würde, aber das hat man ja jetzt bei Rampage ein bisschen anders gemacht. Nach dem Taktile-Dimatch von letzter Woche, was ich ja mega unterhaltsam fand, oder den Taktile-Matches mit Jeff Jarrett und Jay Leafe. Ich dachte mir, hey, Jungle Boy und Hook gegen Jeff Jarrett und Jay Leafe, das ist halt eigentlich eine perfekte Kombination, weil die können halt von den Veteranen lernen und Jeff Jarrett ist ein Name und Jay Leafe ist auch vor allem bei den Wrestling-Fans ein Name. Das heißt, wenn die besiegt werden, sei es im Taktile-Match oder dann in den Singles-Matches, damit könnte man dann echt was machen und die Singles-Matches werden echt gut. Also egal, welche Kombinationen. Von daher, ich finde Jay Leafe und Hook, also wenn Leafe den besiegen würde und dann hast du noch ein Rematch, man besiegt Hook ihn, das wäre halt mega geil oder irgendwie sowas. Jungle Boy gegen Jeff Jarrett wäre bestimmt auch mega geil als Match, glaube ich. Allein wegen der Babyface-Dynamik, die würde da richtig gut funktionieren, weil Jungle Boy ja auch ein super Seller ist. Ja, aber das hat man Ich muss mal kurz die Katze erschlagen, eine Sekunde. Sag mal, los! Das wäre so für mich halt die Riesenfehle gewesen jetzt, die man daraus hätte machen können, aber gut, Jeff Jarrett und Jay Leafe machen was anderes, die sind jetzt mit den Best Friends da am Start erst mal. Ja, ist von mir, ist auch okay, aber muss ich jetzt nicht haben unbedingt. Ich sehe halt nicht, was für Jungle Hook da jetzt als nächstes kommt, aber mal sehen. Ja. Warte, bist du wieder da? Ja. Okay. Ja, wir haben als nächstes Match dann natürlich gehabt, Brian Danielson gegen Konuski, der Cash da, das war halt das nächste absolute Mega-Match, aber davor, beziehungsweise so mitten zwischen beiden Entrances, gab es noch eine Promo von MJF, komplett random. Ich weiß nicht, das hat für mich irgendwie den Flow komplett zerstört, nicht nur von dieser Show, sondern auch von diesem Match irgendwie, weil die Promo war zwar nicht verkehrt, aber ich weiß ja nicht, musste die unbedingt da sein zwischen den Entrances kurz bevor dem Match? Aber es hat auf jeden Fall gezeigt, dass Takesh da seine Seite halten kann, das war schon wieder total tolles Deutsch, dass er, dass er es auch drauf hat, das war schon echt lustig von ihm. Ja. Aber ja, ich hätte es trotzdem nicht gebraucht, nein. Aber der ist dann halt einfach rausgegangen aus dem Moment. Ja. Anstatt er dem einfach, weiß nicht, irgendwie, ich denke, die Promo hätte anders strukturiert werden müssen, der hätte einfach irgendwas erzählen müssen über die komischen Schauspieler, die da sitzen. Ich sage jetzt komische Schauspieler, ich meine, ich kenne einen, ich glaube, Freddy Prince Junior, sagt mir vom Namen her was, aber ich habe den jetzt nie wirklich irgendwo gesehen. Ich vergesse mal, dass du in den 90ern noch nicht so. Ja, genau. Und den guten, ich glaube, wie heißt der nochmal, Ken, irgendwie heißt der, ach, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas hat Ken. Den kenne ich natürlich, den kennt, den kennt, kennen bestimmt viele, kennt Young, ich glaube irgendwie sowas. Ja, den kennen bestimmt einige von The Hangover. Sehr coole Filmreihe. Und ja, also ich finde sie unterhaltsam. Ja, ja, ne. Okay, ja, aber wie gesagt, den hat er da erstmal zerstört. Ich finde, der hätte das erst machen sollen und dann auf Takeshita eingehen sollen und dann hätte Takeshita gesagt, you can kiss my ass und dann hätte er ihm noch eine geben können und dann kommt einfach Danielson raus und dann hast du das Match. Und Danielson guckt dann einfach nur so wie MJF wegrennt oder so. Keine Ahnung. Ja, ich habe das halt wirklich einfach nur zu da, um auf die Leute in dem Publikum zu zeigen und ja. Ich fand es nur ein bisschen blöd strukturiert, dass er erst auf Takeshita geht, dann kommt die Promo, Takeshita steht im Ring, dann geht er raus und chillt mit Aubrey und dann ist MJF irgendwann fertig und dann kommt der Q für Danielson und dann kommt der raus und dann haben die das Match. Okay. Fürs Publikum war das bestimmt lustig. Denkst du? Ich weiß nicht. Ne, ich meinte jetzt, wie der Ablauf an sich irgendwie sehr weird gewirkt haben. Ja, das war irgendwie komisches TV für mich. Keine Ahnung. Aber ich fand trotzdem seine MJFs Lines gegen Freddie Prinze lustig. Ja, der fand es auch lustig. Ich glaube, der wollte es sellen, genau wie kennen, aber der musste einfach lachen bei der Leip. Ja, der ist aber auch halt ein riesiger Wrestling-Fan. Das war der einzige Grund, dass ich noch weiß, dass der existiert. Hat der nicht auch irgendwie jetzt was mit einer eigenen Promotion am Start? Ich dachte, ich habe was gelesen, dass der irgendwie eine eigene Promotion ins TV bringen will oder so. War das nicht so? Ich dachte. Aber ja, ich kenne den vom Namen her, deswegen eben. Und weil der, glaube ich, bei Chris Van Fleet auch schon mal ein Interview hatte. Deswegen. Aber so ansonsten habe ich jetzt keinen Plan so richtig, was der gemacht hat. Überhaupt. Ist halt aus Los Angeles. Okay. Ja, zum Match. Also das Match an sich war natürlich mega. Die Crowd war halt auch ein bisschen down, sage ich mal, nach der Promo. Aber dann legen die halt los. Und zum Glück sind es halt Danielson und Takesh da. Da kann nichts falsch gehen oder nichts schief gehen. Und die drehen quasi diesen wenig, oder den leichten Heat in den richtig starken Heat für das Match. Und die können es halt. Und am Ende war es halt genauso awesome, wie ich es mir halt gedacht habe. Meine Güte, ich hoffe, ich hoffe echt dieses Jahr Takesh da, dass die da was mit dem machen. Weil der, boah, das ist genauso wie bei den Damen, bei Willow zum Beispiel. Ich hoffe, dass die was mit dem machen. Weil die können echt zwei dieser absoluten Aushängeschilder sein für AEW. Ricky Starks ist noch jemand. Ich finde auch Bandido hat da eine riesen Chance, wenn man ihm das gibt, was er, oder das Vertrauen gibt, besser gesagt. Also da hast du einige Leute, wo ich denke, wo ich mir denke, ey, da muss mal, da muss mal was gezündet werden. Und Takesh da kriegt jetzt hier noch nicht den Sieg, logischerweise. Aber das war halt das Lustige hier in dem Match. Die Leute wollen so krass, dass Takesh da gewinnt, dass er endlich seinen großen Sieg holt. Dass die gar nicht mal dran denken, dass Brian ja eigentlich jedes Match gewinnen muss, damit er gegen MGF ran darf. Denen war das egal am Ende. Die haben das nicht geboot jetzt, sag ich mal, wie die letzten Male bei Takesh da. Wie jetzt zum Beispiel gegen Moxley. Aber es war schon dann am Ende zum Finish ein bisschen stehen, oder? Fandest du das auch, als der dann halt nicht gewonnen hat? Ja, es hat auf jeden Fall keiner gefeiert, aber während des Matches war es auf keinen Fall still. Also die haben ja hauptsächlich die krassen Moves und ich glaube, das Ende war einfach, weiß ich nicht, da war es, mir war es vollkommen wurscht. Ich fand einfach, ich fand es so krass, so krass gut. Das war nochmal echt, ja, das war für mich das absolute Highlight der Show. Ja, ich glaube, der Cash, der wird auch seinen Sieg bekommen gegen Danielson dieses Jahr. Wenn Danielson jetzt nicht in einem World-Teile-Programm ist oder so, dann vielleicht sogar direkt nach Revolution, das kann ich mir echt vorstellen, dass die damit dann anfangen. Wenn dann Danielson das Match verloren hat gegen MJF, ich glaube, da werden die sofort die nächsten paar Wochen das Rematch bringen, und da gewinnt der Cash da. Also das kann ich mir echt vorstellen, weil die werden so früh wie möglich, wie es geht, den da irgendwie hochbringen, hoffentlich in den Main Event, weil das ist auch so ein Challenger für MJF, das sehe ich echt dieses Jahr. Bei irgendeiner TV-Show, vielleicht gewinnt er auch irgendein Turnier, das wäre eigentlich perfekt für ihn, wenn er so ein Turnier gewinnt, zeigt er irgendwie drei richtig geile Matches, und reißt dann noch die Hütte ab beim Pay-Per-View und dann bei irgendeiner TV-Show dann im Juni oder so oder bei Forbidden Door oder was auch immer, nee, ich Forbidden Door, ist ja ein Pay-Per-View, aber bei irgendeiner TV-Show, Fighter Fest oder was auch immer, dann Resteleck gegen MJF. Also hat MJF das Match seines Lebens. Ja. Ich kann eben das mal zurückzahlen, was er hier eben gesagt hat, was ist dein Name, Take-A-Shit-A oder so. Okay, die Line ist wirklich ein bisschen, hm, ja. Nicht über die beste Line, die MJF hat. Aber ich habe drauf gewartet, irgendwann musste die kommen bei ihm. Er hat ja das nicht schon mal gesagt, ich glaube, das hat er schon mal vorher gesagt, auf jeden Fall kam es mir jetzt nicht völlig unbekannt, war. Okay. Ja, die Crowd war halt mega in dem Match, also das war halt so das zweite absolut Pay-Per-View-würdige Match und ja, ging auch relativ lang. Ja, 15 Minuten. Dieser eine Moment, wo die waren auf dem Apron mit dem Head-Sizzor und die sind ja dann irgendwie auf dem, also das war ja irgendwie gebotscht, keine Ahnung. Das sah ein bisschen so aus, als hätte Denison sich da verletzt, aber dann hinterher hat man es nicht mehr richtig, also sah es nicht mehr so aus, oder? Ich glaube, der hat einfach nur gesät. Okay. Ja, der hat seinen Knie sich gehalten, weil er direkt da gegen die Barrikade geflogen ist. Ja. Und er wusste, okay, scheiße. Ja, sah schon nicht so elegant aus. Ich glaube, der sollte irgendwie einen Contra geben, eine Powerbomb oder irgendwas, ich weiß es nicht. Weil danach gab es ja direkt einen Brain Buster. Ja, die haben direkt weitergemacht, also da war jetzt nichts, aber so für einen Moment sah das schon böse aus, finde ich. Ja, man merkt halt auch bei Takesh da, die geben dem halt auch alles. Also der darf ja aus jedem auskicken. Ich glaube, der ist bei den letzten zwei Moxley-Matches hier aus Deathriders ausgekickt, jetzt hier aus dem Bysaiko Nie. Also die pushen den schon, was die Matches angeht. Also da merkt man schon, ich denke, also Danielson, die Story ist ja tatsächlich, oh, ich weiß nicht, hast du Road 2 gesehen? Mhm. Da haben die das ja auch erzählt, also Danielson, dass alle warten auf den großen Sieg von Takeshza. Das ist halt echt die Story, wenn sie das wirklich so auch im TV so ein bisschen rüberbringen würden. Wäre cool. Aber gut, mal wieder beim Finish, es war wieder der Regal Stretch, wie auch schon letzte Woche gegen, gegen wen hat er letzte Woche gewonnen? Tony Nies, ne? Ja, ich glaube Tony Nies. Genau, das war ein Sieg hatte, genau. Gegen Tony Nies. Das war letzte Woche schon, oh Gott, das habe ich irgendwie verdrängt. Also für uns jetzt auch schon vor fast zwei Wochen. Ja, aber ich meine, die Woche davor war es gegen Tony Nies und da hat er auch schon mit dem Regal Stretch gewonnen und die Announcer, die callen das nicht. Obwohl das ja Teil dieser Story ist, dass er halt mit Regals Move die Leute besiegt. Finde ich schade. Nur weil Regal jetzt weg ist und bei WWE wieder seinen Sohn trainieren will. Also finde ich irgendwo schade, dass man das nicht erwähnt. Naja, aber so ist das halt. Ja, dann hatten wir das ja berühmt-berüchtigte Tag-Match, das am längsten aufgebauteste Match bei dieser Show. Glaube ich zumindest. Ich glaube, oder? Ach nee, gut, das Match 7 war irgendwo auch schon früh aufgebaut. Ich glaube, es war sogar zur selben Zeit. Kam ja da in der selben Woche, dass das bei dieser Show ja stattfinden wird. Aber ja, das nächste größere Match war natürlich das Frauen-Tag-Team-Match. Lange war es ein, ja, lange war es unbekannt, ein Mysterium. Wer denn die Partnerin sein wird für Soraya und zwar hier Toni Storm, was man letzte Woche schon angekündigt hat. Man hat da eine schöne Story mit Shida dann draus gemacht, die auch hier wieder weitergeführt wurde, denn Kao Shida hat dann ihren Kendo-Stick in den Ring geslidet zwischen, ich glaube, Jamie und Toni Storm. Und Britt kam dann einfach random rein und hat Toni Storm vermöbelt mit dem Kendo-Stick. Während ich glaube, Rebel irgendwie den Rev abgelenkt hat. Soraya war nirgendwo zu sehen und dann haut Jamie Hayter ihre Hater-Rate raus und gewinnt gegen Toni Storm. Ja, war richtiges Booking und ich glaube, wir kriegen ja, Shida und Baker und Hayter gegen Soraya, Toni Storm und noch jemanden von den Ex-WWE-Lern. Was? Nochmal, sorry, du warst für zwei Sekunden irgendwie ganz weg bei mir jetzt. Ganz weg? Okay. Was habe ich gesagt? Ich glaube, wir kriegen jetzt Jamie, Britt und Hikaru Shida gegen Soraya, Toni Storm und noch jemanden, der Ex-WWE wiederkommt hat. Bei Mercedes wird es ja anscheinend erst mal nicht. Ach, dass alle dachten, dass es ist und dann hinterher geschrieben haben, von wegen sie sind so enttäuscht, dass es, sorry, aber wenn ihr euch in eurem Kopf ausmalt, dass es jemand ist und derjenige ist es da nicht, dann ist das doch nicht schuld von die Davion. Also, weiß ich nicht. Also ich würde, okay, es war diese Boss, irgendwie hatte doch Britt Belliger was wegen Boss noch gesagt. deswegen, ja. Ja, okay, okay, vielleicht doch ein bisschen, ich weiß ich nicht, ich habe ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass sie kommt. Ich habe jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich fand es okay, so, ich finde nur zwei Sachen daran schaden, als erstes, das war ja Soraya's erstes Dynamite-Match. Sorry, aber das hätten sie größer ausmachen können zum anderen. Durch die Promos, dadurch, dass Jamie Hayter als Champ so over ist, wurden halt Soraya und Toni halt auch zwischendurch ausgewuht und das sollte eigentlich nicht die Dynamik sein, eigentlich wollten wir wirklich, da wäre eine klassische hier Face-Dynamik ganz geil gewesen, aber die kannst du halt gerade nicht bringen und dafür waren es irgendwie die falschen Gegner und ich finde, boah, die Story ist echt schwierig. Also ich finde, ganz klar ist eine Raya und Toni Storm, die sollten hier turnen, gegen die anderen drei dann. Weil du hast dann die AEW-Originals, gegen die ja sowieso Babyfaces dann sind, gegen die Ex-WWE-Leute. Weil Jamie, wie du schon sagst, Jamie Hayter ist so mega over. Ja, aber Britt wird doch kein Face. Britt Baker, die ist so over, tut ich kann die Babyface sein. Ich finde immer noch die Origine, also meine Idee ist immer noch, dass Jamie irgendwann gegen Britt turnt. Ja gut, das wird schon passieren, klar, da wird Britt, oder Britt wird gegen Jamie turnen oder so. Ja, aber dann hast du, ich glaube nicht, dass das ein... Für diese kurze Fede hier brauchst du Britt als Babyface und das klappt easy, die bleibt, die ist ja sowieso schon over. Ja, wenn du es für diese kurze Fede machst vielleicht, aber es ist auch echt schwierig. Das ist so wie bei Moxley, du kannst den halt... Moxley ist ja auch over als Charakter, wo du halt auch nicht immer weißt, ist der jetzt... Der ist ja auch kein reines Babyface, genauso wie jetzt Britt Baker, die ist jetzt auch kein reiner Heal. Wohl. Die ist so over, ohne Witz. Und nur weil sie over ist, heißt das doch nicht, dass sie kein totaler Heal ist. Natürlich, sie cheatet ohne Ende. Nee, also sorry, da bin ich absolut anderer Meinung. Okay. Aber ich finde trotzdem, man könnte die für die kurze Fede hier Babyface turnen. Obwohl ist es so schlimm, wenn ein Heal in einem Face Stable ist, wo du klar sehr krasse Babyfaces hast. Du hast ja mit Hater zumindest, ja, kein Babyface, aber du hast einen sehr, sehr beliebten Charakter und Charakter und mit Sheeda hast du sowohl Babyface als auch... Das könnte funktionieren, ohne Britt Baker zu turnen. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch schwierig, weil, sorry, Saraya ist gerade erst angekommen und schon ist es irgendwie so... Andererseits, es ist aber organisch. Es ist aber auch organisch, weil man hat es ja in den Match hier gesehen. Jamie Hayter ist die oberste überhaupt. Britt Baker ist grundsätzlich eine der obersten in der Division. Saraya ist zwar ein Name und ist dementsprechend over, hat eine gewisse Präsenz, aber so richtig, ich meine, die Leute, die Story ist ja auch, hey, das sind die AEW-Leute gegen die XBWE-Leute. Das hat man ja mit Britt gegen Saraya damals angefangen bei, was war's, wohl hier? Da hat man das ja schon angefangen und da hat man auch schon gemerkt, also so richtig, die Leute waren nicht so sicher, hey, warte mal, warum soll ich jetzt Britt booen, weil die cuttet ja eigentlich eine Babyface-Promo, weil sie AEW-Original ist und Saraya, ich meine, die cuttet jetzt keine Heal-Promo, aber die ist halt eine Ex-WWE-Elerin, warum soll ich die Ex-WWE-Elerin gegen die AEW-Original cheeren, das macht halt keinen Sinn, deswegen hat man das dann am Ende ja dann eher so gemacht, dass beide Babyface-Promos gehalten haben, damit man da ein bisschen, dass sich Leute einfach aussuchen können, wer da der Favorite ist, aber hier finde ich, wenn man es organisch machen würde, Saraya und Tony Stone sind nicht so over, wie man vielleicht gedacht hätte, als die reinkamen, reinkamen, finde ich. Ja, zum einen, weil sie gegen Hater laufen und Hater einfach mehr over ist, als die beiden und zum anderen ist sowohl Tony als auch Saraya überhaupt nicht aufgebaut, also Saraya ist aber nicht so lange dabei, die ist noch ein bisschen am struggeln und Tony hat halt diesen nicht ganz so coolen Run als Champion hinter sich. Ja, aber wenn ich die dann gegeneinander stelle, dann mache ich ja das organisch, Jamie Hater ist so over, warum soll ich das wegnehmen, dann stelle ich lieber Saraya und Tony in die Heal-Rolle. Ich glaube aber auch nicht, dass sie das machen, sorry. Ja gut, die werden jetzt keine klassischen Heals oder ich denke Baker und Hater keine klassischen Faces logischerweise, aber von der Dynamik her sollte das schon in die Richtung gehen, wenn man das mit der Fede, wie ich es jetzt mir auch die ganze Zeit denke, weitererzählt, mit AEW gegen XTWE. Wenn das so passiert, okay, weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob die das so machen, also das ist auch wieder so eine Sache. Ich glaube es echt nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil von allem, was wir von AEW wissen, ich sehe es nicht, die werden versuchen, Saraya und Tony wieder auf die Face-Seite zu bekommen. Ja gut, bei Tony wäre es mir eigentlich egal, bei Saraya, ja. Saraya braucht mehr Präsenz, also sorry, in dem Match war sie halt auch nicht so richtig da, ne? Ich fand sie schon sehr grau. Ja. Was ich halt cool fände, wie gesagt, dieses Six-Women-Programm, sorry, das Trios-Programm, weil du hast ja beim Pay-Per-View, das habe ich auch letzte Woche schon mit Stefan diskutiert, du hast da schon eine Stunde weg, mindestens wegen dem World Title Match. Ich weiß, da werden mir Leute wieder widersprechen, weil, hey, wir brauchen die World Title Matches auf der Card. Wenn ich schon eine Stunde ein World Title Match habe, brauche ich nicht noch 20 andere Matches, die irrelevant sind, dann mache ich lieber alles in einem, machen Trios Match bei den Frauen mit allen Contendern, Britt, Hater und Shida gegen Saraya, Toni Storm und, ich nenne es mal Athena, weil die ist ja auch Ring of Honor Champion oder so, ne? Ich meine, da hast du echt ein richtiges Star-Studed Match irgendwie, also das wäre cool und du hättest nur 20 Minuten Zeit vom Pay-Per-View, die du davon wegnimmst mit Entences und Match-Zeit, das wäre eigentlich perfekt, du kriegst alle auf die Card, weil ich will keinen, ich habe schon letzte Woche gesagt, ich möchte keinen 6 Stunden Pay-Per-View nicht bei AW. noch ziemlich viel Zeit bis zum nächsten, ich glaube nicht, dass sie das so lange noch ziehen. Ja, ist richtig, ich habe keine Ahnung, aber ich mache es auch einfach Britt gegen Jamie dann beim Pay-Per-View, aber ich weiß nicht. Richtig lange, richtig lange, oder? 5. März. Warte mal, 5. Also noch, ich glaube, 6 Wochen, 7 Wochen. Ja. Ja, ist okay, ist okay, aber wie gesagt, meine Idee wäre, dass man halt alle auf ein Match bringt, dann hast du meinetwegen noch dein klassisches TBS-Title-Match, wer auch immer dann Champion ist. und ja, ich glaube, das passt schon. An sich, wie gesagt, ich brauche nicht da noch 3 Frauen-Matches auf der Card, die irrelevant sind, nur damit man Frauen auf die Card bekommt. Das ist auch wieder blöd. Ja, aber wenn es coole Matches sind, dann haben sie ihre Daseinsberechtigung. Dafür kann man lame Herren-Matches ja einfach runterlassen. eben, das ist ja genauso. Also das meine ich allgemein so beim Pay-Per-View. Ich meine, da bringe ich lieber die Leute in, ich sage jetzt mal, mehr Multiman-Tags und haue nicht unbedingt auch alle Titel auf die Card, weil wenn du schon eine Stunde weg haust in deinem World-Tile-Match, weil unbedingt einer eine Idee hatte, beim Pay-Per-View ein 60-Minuten-Match zu machen. Ja, ich weiß nicht, aber ich kenne Tony Khan mittlerweile seit 4 Jahren und ich weiß, dass er wahrscheinlich trotzdem alle auf die Card hauen will. Alle Titel. Und ich glaube auch, dass das, was du wie es ausmalst mit Ex-WWE gegen ARW glaube ich nicht stattfinden wird. Ich glaube nicht, dass er die Storyline lebt. Ich glaube, wir haben irgendeinen Einzel-Match und wenn es ist, Hater gegen Baker dann schon. Vielleicht passiert jetzt was bei dem, innerhalb dieser größeren Fäde, was jetzt endlich den Turn anbringt. Wenn du das, oder das Match gibt es dann, wenn Hater den Titel verliert. Ich glaube nämlich, dass Hater den Titel jetzt schon verliert. Schwierig. Ich habe keine Ahnung. Es ist so viel Zukunftsmusik. Wir haben jetzt aber auch echt lange schon drüber geredet. aber es ist ja trotzdem interessant, weil wie gesagt, man hat so viele Contender theoretisch für den Titel. Du kannst immer, also ich würde auch lieblich gerne ein Rematch sehen zwischen Shida und Hater. Ja. Wäre super. Wird bestimmt erstmal nicht passieren. Soraya gegen Hater wird auch dieses Jahr kommen irgendwann. von Tony gegen Hater. Ja, da kann man auch ein Rematch machen, aber das ist jetzt auch ein bisschen kalt erstmal. Aber Baker gegen Hater ist schon das Match. Das sollte man bald bringen. Ja, mal sehen. Mal sehen. Aber gut. Ja, dann hatten wir noch, was hatten wir denn noch bei der Show vor dem Main Event? Ich glaube, es gab noch eine JS-Promo. Genau. Aber das war jetzt für mich nicht so das beste Promosegment von allen Parteien. Ob es jetzt Ricky Starks war, ob es jetzt Chris Jericho war, das beste war einfach Jake Hager's Tribute an Owen Hart. Das war das beste. Gonna slap your face off your face. Das war geil. Das war das Einzige, an das ich mich erinnere, gerade so ad hoc. Das war eigentlich... Ansonsten, ja, war das jetzt echt nicht gut. Also Jericho war okay, aber Ricky war auch okay, aber jetzt nicht wirklich, wo ich jetzt sage, hey, das muss man gesehen haben. Ja, schlecht war es jetzt nicht, aber es hat irgendwie nie so eine, weiß ich nicht, Verbindung weder zum Publikum noch zu mir irgendwie aufgebaut. Wo ich noch lachen musste, war bei Daniel Garcia und Action Andretti, als Daniel Garcia gemeint hat, hey, als ich noch ein junger Kerl war wie du, er ist halt ein Jahr jünger, das ist halt so geil. Ja, dafür liebt man, weiß nicht, für solche Sachen. Und ja, wahrscheinlich Garcia gegen Andretti dann, in Zukunft. ist eine coole Ansetzung. Und ja, Ricky gegen Hagan gibt es nächste Woche, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Und ja, Main Event war natürlich dann endlich, ne, das Escalera de la Muerte Match, Death Triangle, die Trios Champions gegen die Elite, Match 7 in der Best of 7 Series. Man muss ja echt mal sagen, es war die beste, beste, Best of 7 aller Zeiten. Sorry, ist einfach so, oder? Das ist ja fast schon ein Fakt. Da habe ich mal mehr eine Meinung. Nenn mir eine, die besser war. Lass mich nachdenken. Ich sage es dir nachdem, wir über das Match geredet haben, ob mir noch einer eingefallen ist. Ja, also, wie gesagt, für mich machst du es auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch nicht so viele gesehen, aber ich kann mir vorstellen, auch, ich sage jetzt mal, vor 2000, das selbst in den 90er und 80ern, da wurde sowas ja eh nicht so oft gemacht. Das war schon, also klar, es gab sowas, glaube ich, bei WCW mal und es gab es einmal bei WWE, diese Best of 7, aber ich finde, sowas halt bei Trios, das hat es nochmal komplett aus den, aus allen, ja, wie sagt man da, aus allen Wolken gerissen, oder wie sagt man dazu? Überrascht? Ich habe keine Ahnung, worauf du das willst. Ich hatte, also es hat, ich wollte auf ein Sprichwort hinaus, aber, ja, das hat nochmal alles abgerissen, wie auch immer. Ich weiß nicht, irgendwie, du hattest deine, deine Wrestling-Matches, du hattest deine, deine Story, die sich durchgezogen hat, durch alle Matches, mit dem Hammer zum Beispiel, du hattest Verletzungen, reale Verletzungen, die du mit reingebaut hast, mit Puck zum Beispiel, und seiner gebrochenen Nase, du hattest, ich sage jetzt mal, diese Kayfabe-Verletzungen, mit Nick Jacksons, der Knöschel zum Beispiel, also, die sich auch länger gezogen haben, das heißt, du hattest viele kleinere Story-Elemente in jedem Match, die sich nach und nach, jede Woche, entwickelt haben, und die Matchqualität, die Kreativität von den sechs Leuten, war ja der absolute Wahnsinn, und das Match war auch, ja, also als Abschluss dieser Best-of-Seven, das war auch wieder perfekt, also, von mir aus, wenn Leute fünf Sterne geben, klar, kann ich verstehen, weil, für mich, ich bin halt kein Riesen-Fan von diesen, ich sage jetzt mal, Weapons-Matches, oder sowas, diese Gimmick-Matches, bin ich jetzt kein Riesen-Fan von, ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt, aber, ich kann trotzdem wertschätzen, was die hier zeigen, und, ich fand es super, die Crowd fand es super, das hat man dann auch beim ersten Rampage-Match gemerkt, die war, die war ein bisschen kaputt danach, und es gab natürlich alles hier, Table-Spots, Ladder-Spots, es war auch gefühlt ein halbes, halbes Stunden-Match in zwölf, gefühlt, also, ich weiß nicht, wie lange hatten die Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das Match genau ging, 15 Minuten, 15 Minuten, okay, es war gefühlt ein Sprint, also, was die gemacht haben, und alles sieht so gut aus einfach, ne, ey, Ray Phoenix, Nick Jackson, Kenny, Puck, also, eigentlich alle, ich meine, Penta und Matt, die fallen immer so ein bisschen ab, weil, die jetzt nicht so die spektakulärsten sind, aber, äh, trotzdem, das sieht alles so smooth aus, ne, das ist Wahnsinn, und das in dem Tempo, das ist Wahnsinn, Anfang bis Ende, einfach eine Mega-Pace, die großen Spots am Ende war natürlich der, der Piledriver von, Penta gegen Matt Jackson auf der Leiter, auf dieser Leiterbrücke, ganz böse, hat Matt Jackson auch schön am Schienbein verletzt, lustigerweise, laut BTE, ähm, ja, ein One-Winged Angel gegen, Ray Phoenix von dieser Leiterbrücke auf den, äh, in den Ring einfach, auf den Ringboden, und dann kam Puck noch vom Top-Rope mit einem Black Arrow, und da gab es ein Konter von Kenny, und dann hat er gewonnen, das finde ich, war richtig cool gemacht, ja, das war, du hattest diesen krassen Endspot, wo jeder, ich glaube, jeder Normale, der ein Match so, rucken würde, würde sagen, hey, One-Winged Angel, und dann kletter er einfach hoch, weil das ist der größte Spot, aber dass Puck dann nochmal kommt, und Kenny kontert das Ganze, weil Puck halt nochmal einen viel cooleren Move hat, in Anführungszeichen, es sieht halt einfach, ja, spektakulärer nochmal aus, und er kontert den dann, und dann kann er hoch, und holt die, ähm, die Tidegürtel auch. Du hattest halt nochmal so einen kurzen Zweifel, ne, das war ganz cool, weil, ich weiß nicht, dieser Moment, wenn die Leute dann die Leiter hochklettern, ich finde den, ziemlich assig meistens, und in dem Match war der halt wirklich gut, weil, es gab nicht so viele Momente davon, die ersten zehn Minuten hat gefühlt, keiner versucht die Leiter hochzukommen, aber es hat, war auf jeden Fall nicht dieses langsame Hochkriechen, was man immer kritisiert, da war das Timing an kaum einer Stelle irgendwie auf, und das hat irgendwie, ja, das hat irgendwie das rausgenommen von dem, ob er da jetzt hochklettert, und wie das war, ich meine, das hat er natürlich wieder auf seine Kennyart sehr dramatisch gemacht, hätte echt nur noch geholfen, dass er den, 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 Hand an die Stirn wirst, weißt du, ich meine, so nach hinten, ah, wie, wie Frauen im 18. Jahrhundert ohnmächtig geworden sind, nur noch das hat gefehlt, ähm, ja, aber es war halt einfach ein echt, cooler, hm, Höhepunkt, also das, das, Match hat im Höhepunkt geendet, das wurde halt immer besser und besser und krasser und, weiß ich nicht, es war einfach sehr organisch erzählt. Absolut, und man hat auch die Leiter, das fand ich echt cool, das habe ich sehr wertgeschätzt, man hat die Leiter nicht nur dafür genutzt, um Spots zu zeigen, es war wirklich eine Waffe, also man hat, man hat echt gemerkt, das war wieder mein Leather Match, was ich auch gerne sehen, also was ich mag, das war, war zum Beispiel, was war denn das damals, hier mit, war das auch mit Cody gegen Sammy, das war zum Beispiel auch eins, so was ich richtig gemocht habe, weil das einfach, du hast die Leiter halt genutzt, als Waffe, Sammy hat seinen eigenen großen Spot gezeigt, diesen krassen Cutter, den man wahrscheinlich in jedem Highlight Package sehen wird, für immer, aber ansonsten war das halt jetzt kein riesen Spot Festival, und ich weiß noch, alte Leiter Matches, ja, Chris Jericho gegen einen, dessen Namen nicht genannt werden darf, ne, vom Brumbell 2003 oder so, oder 2004, ich glaube, ihr wisst alle, welches Match ich meine, das, oder 2001, das war richtig gut, und natürlich die Matches von Shawn Michaels und Razor Ramon, also das, das sind so Leiter Matches, wo ich mir denke, das sind, ähm, logische Leiter Matches, also die schaue ich mir gerne an, weil da einfach die Leiter auch als Wache benutzt werden, weil da eine, eine Story erzählt wird, und jetzt nicht nur, wie man bei manchen Ultimane Leiter Matches halt, wo man das immer hat, wo einfach nur Spots gezeigt werden, das finde ich halt immer blöd, und, äh, ja, das hat man hier gemacht, also ich fand das echt cool, Kenny kam auch mit dem US Belt raus, von, ja, von New Japan, dem IWGP, US Belt, den er gewonnen hat, eine Woche davor, gegen Will Ospreay, ihr könnt euch das Match auf jeden Fall angucken, bei AXS TV, da lief das letzte Woche, also, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und man hat auch erwähnt, dass er da, das Ding gewonnen hat, gegen Ospreay, tatsächlich. Ja, klar, also, ich meine, die sind ja jetzt Verbündete. Verbündete. Ja, wie willst du das beschreiben, sie haben eine, eine Geschäftsbeziehung miteinander, das klingt doch doof. Ja, ich weiß, ich weiß genau, ich habe genau in deinem Kopf, die englische Bezeichnung, wie du gerade gedacht hast. Ja, Oh, ja. Das ist Wahnsinn, Deutsch und Englisch im Westen, das geht nicht genau. Äh, ja, das war AW Dynamite. Achso, ich wollte noch die Antwort geben. Ich kann mich wirklich gerade, mein Ding, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob, also, mir fällt halt Booker T gegen Chris Benoit, das ist ja das, was jeder nennt, ne? Von WCW. Jetzt hast du doch seinen Namen genannt. Ne, das ist ja das, was wir auch, aber, das Ding ist halt, das war noch vor meiner Zeit, bevor ich Wrestling gesehen habe, und ich habe, natürlich habe ich es gesehen, aber ich war da jetzt nicht irgendwie so total groß drin oder so. Das erste Match, was ich gesehen habe, war tatsächlich auch meine Anfangszeit, wo ich angefangen habe, Wrestling zu sehen, deswegen wäre das, aber da ist mein Problem, ich weiß gar nicht, ob das eine Best of Seven oder Best of Five war. Das war, ähm, Hardy Boys gegen Edge und Christian. So, und ich habe keine Ahnung, ich wollte es gerade eher googeln, aber irgendwie. Ergoogeln, das kenne ich auch noch nicht. Ergoogeln, das ist auch was Neues, also, ja, ich lerne auch jeden Tag was dazu. Wörter kann ich, ähm, aber mit Best of Seven und Hardy Boys gegen Edge Christian habe ich nichts gefunden, also gehe ich davon auf, dass es eine Best of Five Series war, also fliegt das schon mal aus dem Dings raus. Und dann gab es noch eins, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine Best of Seven war. Ähm, boah, das ist aber auch richtig lange her, das war die Zeit, wo ich Ring of Honor gesehen habe, ähm, Brian Danielson gegen Homicide. So, das könnte ich mal googeln. Ja, dann ergoogle das mal. War das eine Best of Seven? Ich habe keinen Plan. Wie gesagt, für mich, ich habe natürlich nicht wirklich viele Best of Sevens gesehen, weil es gab einfach nicht so viele. Best of Five. Ich glaube, Bukka, Bukka T gegen eben, du weißt ja, ich habe schon gesagt, Chris Benoit, ähm, ja, das habe ich gesehen, aber ansonsten, keine Ahnung. Nee, es sind alles Best of Fives. Okay, dann ist das bestimmt definitiv die beste Best of Seven Series, weil es gibt einfach nicht viele. Es gibt nicht viele und ich glaube, da wird auch nichts drankommen. Ich glaube auch echt, ja, viele Leute werden sich wahrscheinlich jetzt die letzte Woche gedacht haben, boah, wieder dieses Match, wieder dieselben Leute. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite denke ich mir dann so, so, hey, wenn man mal in fünf bis zehn Jahren wieder zurückblickt auf AEW Dynamite und ins Jahr 2022 geht und da diese Serie schaut, hey, ich möchte mal wieder die Best of Seven gucken von der Elite gegen Death Triangle, dann, ey, ohne Witz, ich glaube, die Leute werden sich dann denken in fünf bis zehn Jahren, was haben denn hier für eine Scheiße bekommen mit einer AEW? Das war ja so mega stark im Free-TV. Wir mussten nicht mehr was dafür bezahlen. Das ist halt, ich denke, diese Reaktion wird in einigen Jahren bei vielen kommen, was AEW betrifft. Ja, man muss es aber auch mögen. Ich meine, die Art von Wrestling, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, ist scheiße. Ja, na gut, ist scheiße. Es ist halt immer so eine Aussage, da würde ich eher die Aussage kaufen, wenn es, ich finde es scheiße. Weißt du, ich finde es nicht gut, es ist nicht mein Kapustier. Ja, natürlich meine ich das so. Ich finde immer, wenn man das so aussagt, ja, das ist scheiße, oder nur weil ich das nicht mag oder so, dann ist das scheiße. Finde ich immer eine blöde Formulierung, weil das, ich glaube, diese Art von Formulierung führt auch oft zu solchen Diskussionen, dass da immer so dieses, ja, gegeneinander, so diese Konfrontation halt einfach. Ja, aber in dem Fall meine ich jetzt tatsächlich einfach, dass es Leuten nicht gefällt. Ja, eben auch. Weil die Art von Wrestling nicht gefällt. Dann wäre es halt eher die Formulierung halt, finde ich besser, wenn man das kommuniziert. Ja, bei dir weiß ich das ja, aber. Nee, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn Leute das nicht mögen. Ja, ich auch. Ich finde es halt cooles Popcorn-Resting. Ich habe tatsächlich auch damit gewartet und habe das erst abends mit meinem Freund gesehen, der sonst eigentlich nicht so viel Wrestling sieht. Und der fand es halt auch echt krass. Cool. Gut, der fand auch Osprey gegen Kenny cool. Also, wer das nicht cool findet, dann. Also, das ist dann wieder, da komme jetzt ich mit meiner Konfrontation, also das. Kannst du nicht verstehen. das kann ich nicht verstehen. Kultur-Banause. Aber gut, ja, das war A.W. Dynamite, eine sehr, sehr starke Show. Weißt du noch, was ich völlig vergessen habe? Sorry, ich unterbreche dich schon wieder. Was ist das? Ich wollte ja eigentlich noch was von Dark Elevation erzählen. Ach so, na, dann mach das jetzt. Okay, war eine sehr starke Dynamite, aber das haben wir schon dreimal gesagt. War das deine Zusammenfassung? Sorry. Ja, nee, ich, ich, hab's nur mal wieder gesehen. Ich dachte, das könnte ich, damit könnte ich mal ein bisschen angeben. Nee, ich wollte tatsächlich was empfehlen. Und zwar, einmal gab es Brian Cage gegen Chef. Das war richtig gut. Das war auch der Opener. Und dann das, ich hab nicht alle gesehen, ne? Ich hab nur die gesehen, die mich interessiert haben. Das war, keine Ahnung, fünfte Match oder so. Das war Claudio Castagnoli gegen Josh Woods. Das war auch richtig cool. und das war, boah, war das das vorletzte? Das war das, quasi der Co-Main-Event. Aber klingt so lustig. Bandido gegen Christopher Daniels. Das würde ich dir übrigens auch empfehlen. Ich glaub, das findest du auch cool. Mhm. Können wir schauen. War jetzt nicht total das Highlight oder so, aber ich fand's halt schön. Vor allem, es gab noch eine Eddie Guerrero-Omarsch und ja, ich fand's cool. Mhm. Ja, es war ja auch eine gute Crowd. Es war ja das Taping aus Seattle, meine ich. Genau. Und, viele Leute von Defy waren am Start. Unter anderem Chef, die Bollywood Boys, äh, ich glaub, noch jemand von Defy war am Start. Also, waren einige. Genau. In der eigenen Promotion dort. Ja, ja, genau, da waren auch noch ein paar andere Sachen, aber das waren jetzt so die drei, drei, hab ich drei gerade genannt, ja, die ich so richtig cool fand, wobei Bandido gegen Daniels halt auch von der Crowd einfach so richtig over war. Das Main hab ich dann ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil mich jetzt, ähm, wieder Best Friends, also, doch, Best Friends interessiert mich, aber Chaos Project interessiert mich halt mal so gar nicht. Ich find's auch komisch, äh, Angelico rennt jetzt mit dem Chaos Project rum. Die heißen doch jetzt irgendwie Spanish Announce, nee, nee, wie heißen die? Ähm, Spanish Announce Project, doch. Ach doch, okay, Spanish Announce Project. Ja, und Angelico managt die jetzt halt, hä? Mhm. Okay. Okay, ja. Ist ein schöner, also, ich weiß nicht, ist das noch Undercard, oder ist das schon, ist ja schon Dark Elevation Undercard, ne? Also, äh. Ja, ist doch so. Ja. Muss ja ehrlich sein. Äh, ja. Ich hab keinen Plan, was da abgeht bei Dark Elevation. Ich lese mir die Karte halt immer durch, und wenn ich irgendwas Interessantes finde, dann sehe ich es mal, und wenn ich was wirklich Interessantes finde und sage, man sollte das unbedingt sehen, dann, von dem Mal würde ich, tatsächlich Bandido gegen Daniels empfehlen, zu schauen, und auf jeden Fall Cage gegen Chef. Okay. Chef. Chef. Ja. Ihr könnt das besser aussprechen. War halt cool, weil, weil das halt irgendwie, der kommt da ja auch her, und, ja. Ja, genau. Die waren alle over, die ganzen, ähm, ja, die Hometown Boys dort. So. Ja, genau. Ja, wir haben natürlich noch ein bisschen was von Rampage, ähm, ich fand, es gab zwei gute Sachen, das war einmal der Opener, einmal der Main Event. Opener war, ja, das haben wir schon angesprochen, so ein bisschen, ne, das safeste Darby-Match überhaupt, gefühlt gegen Juice Robinson und den TNT-Title. Ist eine coole Ansetzung, aber es war jetzt nichts Besonderes, also von daher, die konnten halt dem Trios-Match nicht folgen, ist ja klar. Ja. Von daher war die Crowd auch ein bisschen ausgepowert, ein bisschen tot, aber ist ja nicht so schlimm. Darby hat trotzdem gewonnen, war handwerklich trotzdem ein überragendes Match. Ich meine, Darby wurde, ist ein super Wrestler-Juice, ich meine, der war jahrelang auch im Dojo gewesen bei New Japan, der hat alles drauf, was man drauf haben muss, und er hat jetzt auch seinen Charakter gefunden, langsam diesen Heal-Charakter. Ich finde ihn halt cool, es ist halt nur schade, dass man halt seinen Return oder seinen Gimmick-Wechsel letztes Jahr im Sommer so ein bisschen verkackt hat. Bei der G1, der war halt komplett für den Arsch. War so schade. Ich habe echt gedacht, der ist ein Contender für den Gruppensieg, aber der war gefühlt nach drei, vier Matches schon raus. Da habe ich gedacht, na gut, dann kannst du es auch lassen mit ihm. Ja. Ja. Aber was ich besonders cool an dem Match fand, dass man, also, der Darby hat sehr, 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 sehr viele Matches gegen Leute, die größer und stärker sind als er. Also, visuell. Und in dem Fall war es ja, ich meine, ja, Djoos hat wesentlicher Muskeln, aber es ist trotzdem näher an seiner Statur. Findest du? Ich finde, Djoos sah trotzdem aus wie ein Giant. Also wie ein richtiger. Nee, gut, weil Darby halt auch einfach, also ich meine, der ist, gegen den sehe ich ja schon massiv aus. Das müssen wir sehen, das Mensch. Kater gegen Darby. Ja. Oberhausen. Darby setzt zum Schlag an und ich verkrieche mich immer hinterm Ringpfosten. Karat, Ambition. Der einzige Move, den ich kann, ist wegrennen. Ähm, ja. Nee, ich bin die ungeeignetste Person für Wrestling, glaube ich, auf der Welt. Sonst fühlt sich das so an. Denkst du, okay. Naja, wir müssen es ja, also man kann es ja austesten. Ich glaube, Darby, der würde schon, der nimmt ja eh die ganzen Bums für dich. Achso. Ja, aber ich, ich habe Probleme, damit Leuten wehzutun. Also ich hätte die ganze Zeit Schiss, dass ich den anderen verletze. Das würde dann wahrscheinlich so ein Move und dann so, alles okay, alles okay, alles okay. Dann machst du halt nur ein Small Package, ein Roll-Up oder so. Reicht ja. Das geht, ja. Ich habe ja mal Judo gemacht, aber ach egal, das ist jetzt. Naja, das reicht ja. Judo und dann einfach ein Side-Hack-Lock. aber auch da habe ich Du hältst ihn unten und eins, zwei, drei, dann war es das. Okay. Ja. Wieder zurück zum Thema. Ich fand es aber cool, dass Alan einfach auch mal andere Matches worked und dass er dann trotzdem darin überzeugt. Ich fand es richtig gut. Ja, auf jeden Fall. War mal ein anderes Darby-Match, nicht so die krassen der letzten paar Wochen. Aber hast du verstanden, warum das Ding rausgekommen ist? Irgendwie habe ich das nicht kapiert. Damit sie das Matchpluggen für diese Woche jetzt. Okay. War einer der Gründe. Ja, aber irgendwie war das total komisch, oder? Er kam da irgendwie raus und war dann so da. Ja, ich dachte, vielleicht kommt ein neuer Challenger raus, weil, also ich wusste schon zu dem Zeitpunkt, weil ich das, dann habe ich Rampage geschaut, ich glaube, irgendwann am Sonntagabend oder so. Ich habe es vorhin geschaut. Ja, da wusste ich schon, was nächste Woche kommt. Also Darby gegen Kushida. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht holen sie Kushida raus. Einfach damit man das schon mal aufbaut, aber nee. War hier dementsprechend nicht so, aber ich wusste, ich habe nur gemerkt, okay, warum kommt der raus? Ja gut, Excalibur meint dann, ja, der wird hier mit Sting und Great Muta, die werden teamen bei Noah, Gegenwache Fuji, Hakushi und Akira. Okay, cool. Hat man das nochmal geplagt bei der Show? Ja. Aber ich habe auch keinen Plan. Einfach damit die Leute Sting wahrscheinlich nicht nochmal zu sehen bekommen. Irgendwas off. Komisch. Ja. Naja. Was auch ein bisschen off war, war das Acclaimed-Segment. Echt? Ich habe keinen Plan. Also Max Caster, er hat ja anscheinend seinen Rap erstmal verkackt. Mussten sie neu anfangen. Aber dann war er ganz gut. Ja, Jericho, I'm coming, Nailed it. Taking the piss, Christian Jericho. Naja. Ja, ich weiß nicht. Es war halt sehr wacky. Ich finde es okay, dass man wieder zu dem Programm hier hingeht, Acclaimed gegen die Gans. Aber es ist jetzt nicht das Programm, wo ich jetzt richtig dabei bin. Ich hätte gedacht, dass dir es gefällt. Ich weiß auch nicht. Also ich mag, keine Ahnung. Okay, Entschuldigung, dann habe ich dich fehlangeschätzt. Ich fand es auch nicht so. Also es ist nicht ganz meine Humorschiene. War da, hat wahrscheinlich Leuten, die die Art von Humor mögen, gefallen. Dem Publikum hat es gefallen. Die waren ja voll drin. Zumindest am Anfang mit mit Bowens Ansprache. Die sind halt alle over. Das ist halt ganz gut. Für mich fehlt da halt Substanz. Die S-Boys sind halt wirklich ist halt ein Comedy Act. Ja, das sind die Acclaimed auch. Aber man nimmt die nicht ernst als Challenger. Das ist halt das Problem. Ja. Ja, es ist halt auch so ein bisschen Pipi-Kacka-Humor. ja. Aber gut, es ist halt das Gimmick halt auch von der Clown. Ja, es ist auch, wenn man es nicht übertreibt und ich das jetzt mir nicht jede Woche angucken muss, ist es okay. Ja, ich glaube, es wird auch einfach nur ein TV-Match und dann machst du es auch wieder. Und dann hast du, ich hoffe mal, richtiger Challenger für den Titel dann. Ich habe keine Ahnung. Hm. Die Lucha Bros wären geil, weil FTA ist ja raus jetzt erstmal, ne? Sollten wir eigentlich auch noch kurz ansprechen, dass die jetzt ja komplett raus sind, bis wahrscheinlich ihre Verträge auslaufen im April. Von daher, ja, FTA, die haben, also eigentlich können die auch flitern, Ganz ehrlich, weil die hatten so ein geiles Jahr. Ja, das wollen die aber nicht. Aber ich dachte, die wollen jetzt ein bisschen Auszeit auch vielleicht selber ein bisschen heilen und, ja. auf jeden Fall. Ja, die werden nicht antreten gegen Acclaimed, aber, ja, ich finde, Lucha Bros wäre cool, weil tatsächlich müsste man ja jetzt da mal ein bisschen was hin und her tauschen. Ich finde, Elite gegen House of Black wäre richtig geil. Ja, das wäre cool. das ist ein Pay-Per-View-Match, also, wenn sie das auf die Karte packen und das Iron-Man-Match und irgendwas noch mit den ganzen sechs, fünf, sechs Frauen hier und den World-Title, ey, gerne, Das ist nicht locker, ja. Ja, ich weiß. Nee, aber dann hätten sie für mich schon den Pay-Per-View so verkauft, weißt du, das ist halt, da habe ich Bock drauf, das will ich sehen. Und Tag-Team-Title, Lucha Bros gegen Acclaimed ist auch geil, weil die Lucha Bros, die haben das auch sich irgendwo erarbeitet, jetzt auf diese ganze Best-of-Seven-Series, wo die sich halt auch gekillt haben mit der Elite zusammen und, ähm, dann hast du da vielleicht ein Match, was du machen kannst, pack und, ja, weiß nicht, was du mit dem machen kannst, keine Ahnung, gegen Darby, wäre auch cool. Das wäre tatsächlich cool. Gab's das schon mal? Ah, gegen Darby? Ey, die sind seit Anfang an dabei, ja, seit der ersten Show. War das nicht auch ein Match, was es irgendwie Ossi gab? Ja, definitiv gab's das schon. Wann hatten die nicht das Hardcore-Match? Äh, AEW. War das nicht letztes Jahr? Nee, wann hatten die ein... Äh, warte mal, weitere Matches. 15.01.2020. Vier Sterne bewertet das Match. War das ein Hard... War das das Hard... Nee. Nee, das war Dynamite 15. Das war ganz normales, ne? Smash at the Beach. Okay, hab ich ja so null in Erinnerung. Ich hab halt irgendwie noch die Promos im Kopf, mehr als das Match. Was war denn da hier auf der Karte noch? Backteam-Title, Number One Contenders Match. 4-Way. Adam, Patron, Kenny Omega gegen Young Bucks, Brands und gegen Inner Circle. Ha! Jawohl. Lange, langes Zell. Oh Gott, Hikaru Shida und Chris Stathlin gegen The Nightmare Collective. Oh, ja. Brandy, Rose und Mellow mit Lufa. Ha! Das war der Mainz in der Show, okay. Interessant. Ja, aber das könnte man machen. Also, Pac gegen Darby und dann noch, was hab ich noch gesagt? Lucha Bros gegen Acclaimed und Elite gegen House of Flags. das wäre für mich Könnte es aber auch Darby und Sting gegen Dings bringen. Ja, klar, easy. Klar. Weil wenn da, wenn jetzt Sting tatsächlich den Nächsten irgendwann retiert, dann, ähm, wäre das eigentlich cool, die nochmal zu sehen. Mhm. Definitiv. Definitiv. Ja, da kann man einiges machen. Ähm, ja, ich hab's vorhin schon angesprochen beim, ja, bei Jungle Hook, ne, ich hab mir gehofft oder ich hab mir gewünscht, äh, ich hab mir eher hofft, wenn dann, dass die gegen Jeff Jarrett und J. Lee so fäden. Aber die fäden gegen jemand anderes hier gegen die Best Friends jetzt, da gab's ja ein Segment mit Hauser und Hausen, also, der gute Mr. Herr Hauser, wie auch immer, irgendjemand, der einen Golden Clove gewonnen hat. Was, du kennst den nicht? Nein. Oh. und der ist aber ein riesen Wrestling Fan, ist auf jeden Fall schon mal sympathisch, hat erstmal schön hier die Company rübergebracht in seiner Promo und Dan Hauser kam dazu und das war eigentlich ganz unterhaltsam, was die gemacht haben. Dan Hauser möchte auch einen Award haben, dafür, dass er der beste Merchandise-Seller ist bei AEW 2022 und ja, dann kamen Jeff Jarrett und Jay Liefel raus und Saddam Singh, der wieder der MVP war in diesem Segment, der einfach sich Dan Hauser einfach ganz entspannt schnappt und in die Ecke stellt und sich einfach da vorstellt. Das war herrlich, mit den Armen verschränkt, das war super. Er hat einfach so eine krasse Präsenz. Ich fand auch die Promo von Hauser echt ganz, ganz cool. Hat Jeff Jarrett und seine Crew da niedergemacht, das war echt, echt ganz cool. Ich fand das so lustig, ich meine, wie viele Leute sollen denn da noch rauskommen? Das fand ich irgendwie so richtig cool. Ja, das ist schon auch wieder, dann kamen dann Best Trends und Orange Cassidy im Schlepptau, muss man ja sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, kamen dann raus noch, ja, Jay Liefel gegen Orange Cassidy gibt es nächste Woche. In den All-Atlantic-Zeiten. Also ich hätte nichts gegen Tieterwechsel, muss ich ehrlich sagen, aber wird ähnlich passieren. Ja, Nee. Ja, da glaubst du auch nicht. Nee. Bist so investiert in diese Fede, ich weiß schon. Ja, total. Ja, aber es ist ein gutes Match, die hatten dieses Jahr, glaube ich, schon mal ein TV-Match, ich glaube, das war damals ein Contenders-Match um den TNT-Teil, ich glaube, danach hatte Jay Liefel gegen Wardlow gekämpft der Woche drauf, war irgendwann im Sommer, aber die hatten da echt schon ein gutes Match und ich glaube, es wird nächste Woche genauso. ist an sich okay, habe ich nichts gegen Jeff Jarrett und das ganze Stabil mit Liefel und Sanjay und Sutton und Sing ist eigentlich echt unterhaltsam. Ja, die passen eigentlich alle gar nicht zusammen, aber irgendwie kriegen sie es hin. so, jetzt, Kata, jetzt muss ich dich fragen, was war bitte Eddie Kingston und Ortiz gegen Kings of the Black Crown, was war das denn bitte? Es sollte dazu da sein, dass man teast, dass Ortiz gegen, dass die, das ist ja eine Friction zwischen Eddie und Ortiz, ich habe, mir fehlen die deutschen Wörter, dass eine Friction zwischen Eddie und Ortiz ist, wegen dem komischen, das war total blöd getimt, oder? Ich habe überhaupt nicht verstanden, vor allem dieser komische Schrei von Julia, was war das? Ja gut, das ist jetzt weniger das, was mir so negativ aufgefallen ist, aber allgemein die Story, ich meine, Eddie Kingston kam da rüber wie der absolute Heal, weil er einfach nicht austacken wollte und Ortiz kam rüber wie der mega Babyface und der dann halt, ich denke ja, fuck off, ich renne jetzt einfach rein und dann am Ende, weiß nicht, dann kam Matthews rein mit Julia und dann will mir AEW weismachen, dass Ortiz geglaubt hat, dass Eddie Julia mit dem mit dem Stuhl schlagen will und dann wird Eddie weggekickt, dann wird Eddie weggekickt, Ortiz kriegt irgendwas ab und dann pinnt Malachi Eddie, was? Was war das? Keine Ahnung, können sie die beiden jetzt endlich voneinander trennen? Das, als Duo waren die ganz cool, ja, aber bin der dann bitte was Neues. Ich liebe Eddie, ich will Eddie wieder als Single haben. Das klang falsch, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich überlege gerade, was man da machen kann. Die beiden voneinander trennen, jetzt haben wir erst gesehen, Kingston ist ja jetzt der Frauenschläger, dann kann doch Ortiz sagen, nee, nee, ist nicht, tschüss. Was weiß ich, ist mir auch ehrlich gesagt egal, von mir aus können sie das auch bei Dark Elevation beschließen, aber macht was anderes. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, was man da geplant hat. Eddie Kingston ist auch nicht mehr so am Start. Bei New Japan ist das ganz cool, weil da bei Battle in the Valley gegen Jay White das wird ganz cool. das wird ganz geil. Also, ich meine, die Car, die wird bestimmt richtig gut. Du hast ja schon Hyrie gegen Mercedes, dann hast du noch Okada oder Shingo gegen irgendeinen Challenger, wahrscheinlich Okada gegen irgendjemand anderes. Und dann, naja, hast du noch Eddie gegen Jay, ich glaube Tom Lawler gegen Homicide in einem No-Ropes-MMA-Style- No-Rules-Match oder so. Die Card wird echt cool, da freue ich mich drauf. Ja. Werden wir auch besprechen, also wir, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir es besprechen, wir beide, aber in der nächsten Shuyaku-Ausgabe wird das besprochen. Ja, genau, dann hatten wir den Main Event natürlich noch. Street Fight, Willow Nightingale und Ruby Soho gegen Tai-Jai, Tai-Jai, wie auch immer. Jetzt habe ich echt gerade Tai-Jai gesagt. Egal. Tai-Jai, Anna-J-A-S und Tai-Melo ja, sehr unterhaltsamer Street Fight auf jeden Fall. Der krasseste Spot war natürlich die Powerbomb von Willow gegen Anna-Jai von der Rampe, die durch einen Tisch gehen sollte. Ich weiß nicht, wie man das misstimen kann, weil Anna-Jai, boah, hat die mir leid getan, ne? Die kann ja wirklich nichts machen. Die hofft nur, dass Willow die da durch den Tisch halbwegs sicher irgendwie befördert. Oh Mann, ey. Das war ganz scary. Also allgemein, die Bums, die Darby genommen hat die letzten Wochen, das hat das nochmal getoppt. Das sah schon sehr böse aus, ja. Oh mein Gott, ey. Überhaupt, was die da gegeben haben. Also die haben ja echt alles gegeben, damit das overkommt. Und das hat die Fee da auch gebraucht, weil die war jetzt nicht unbedingt hot. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich fand die Promos die letzten Wochen so von Time Mellow, die waren ganz okay. Und von Anna-Jai, die ging schon. Ja, Willow, ich mag Willow einfach, aber Ruby so, ne? Ich weiß nicht, war das hier dann auch in dem Videopaket? Hatten die da nicht eins gezeigt am Anfang der Show irgendwie? Und da hat Ruby noch so eine komische Promo gehalten, so drei Sätze und hat dabei so gezittert irgendwie, I'm gonna end this. Und ich denke mir so, Alter. Ich nehm dir das nicht ab, sorry. Also da kannst du nur sagen, was du willst, aber ich hab mich auch nicht für die interessierte im Match. Die hat sich zwar den Arsch aufgerissen, die hat Playjob, alles mögliche, die sah aus. Wirklich. Echt, im Match hatte sie mich dann, aber vorher halt nicht. Vor allem, war das das erste Mal, dass wir kein Splitscreen bekommen haben? Kann das sein? Erstes Mal kein Splitscreen? Im Match meinst du? Vorher. Ach so, ja gut, ja, das kann schon sein. Ach, wegen Mark Henry, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Splitscreen denke ich immer an die Werbung. Ach so, ja, du hast recht, das ist natürlich doof ausgedrückt. Ja, aber ich glaube, das war das erste Mal. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich es schon mal sonst gemacht habe. Na, egal. Ja, der Feder hat halt irgendwie so ein bisschen der Wumms gefehlt, aber den Wumms haben wir in dem Match bekommen. Das war ja auch nur eine Viertelstunde, aber hatte sehr viel drin. Also das war schon krass. Ich finde, Ty Mellow, die geht halt in diesen Matches absolut auf. Ja. Die war hier auch wieder der absolute Star. Ich meine, Willow, ganz ehrlich, ich mag Willow, mega gerne, aber so wie die auch rauskam, dadurch, dass sie nicht ihre typische Frisur hatte, sage ich jetzt mal, mit diesem, ne, Afro aus, bisschen Afro aufgeblasen, sondern eher so zusammengebunden alles. Was dann hinterher so aussieht, als hätte da ein Eichhörnchen drin gelebt, ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, das hat irgendwie, es war irgendwie nicht Willow, oder? Das kam überhaupt nicht rüber. Die kam einfach rüber, finde ich, wie einfach eine stinknormale Frau einfach im Roster. Nö, nicht wie Willow, wie sonst, fand ich. Klar, es war auch nicht das Match, um irgendwie zu lachen und irgendwie ein bisschen rumzudanzen oder so, ist klar, aber ich weiß nicht, ich fand, Ty Mellow, die hat hier allen die Show gestohlen in dem Match, was Charakter angeht, was ihre, ja, ihre Intensität angeht. Ja, hat allen die Show gestohlen. NRJ, weiß nicht, lebt die noch? Ich hoffe, anscheinend schon. Das hätte man bestimmt was gehört, aber, ja, der Bumpf war ganz böse. Am Ende gewinnt aber Ruby mit dem Blade Runner, oder ich weiß gar nicht, wie der heißt bei ihr, heißt der irgendwas mit ihrem Theme Song. Destination Unknown. Destination Unknown. Dem Blade Runner, wie auch immer, in die Thumbtags rein und ja, ich denke, die Fede ist dann auch mal vorbei. Ja. Ja, war an sich, was die Matches angeht, die waren ja okay. Also ich fand auch Ty Mellow da gegen Ruby, das eine Single Smash, was die hatten. Willow gegen NRJ vor ein paar Monaten, das war auch ganz gut. Jetzt das Tag Match hier mit dem Street Fight. Also, wie gesagt, was Matches angeht, die Fede an sich war schon okay. Das war halt eine Undercard-Fede, aber hey. Sie haben es halt so lange gezogen einfach. Ja, das kommt dazu. Aber du hast halt auch nicht so viel Zeit immer. Du willst ja so viele Matches immer raushauen. Wenn es halt nicht unbedingt um den Titel geht, dann ziehst du es halt ein bisschen länger, weil du halt nicht jede Woche die Zeit hast für die paar Leute hier. Ja, aber ich muss sagen, die haben echt das Beste draus gemacht. und ja, hat mir gefallen. Also, ich fand es unterhaltsam. Ja. Es wäre halt schön, wenn die Frauen mal so eine krasse Fede und so ein krasses Ende kriegen würden, ohne dass sie dafür sich selber umbringen müssen. Ja. Sagt es Toni Kahn. Er hört ja anscheinend unseren Podcast. Ja, dann haben wir natürlich noch nächste Woche beziehungsweise für euch ist es ja diese Woche, für uns jetzt auch diese Woche. Aber bei der nächsten Dynamite gibt es echt auch wieder sehr coole Matches. Also klar, ich habe auch schon wieder auf Twitter, als ich das geschrieben habe, irgendwie we are spoiled AF also we are spoiled AF nowadays habe ich geschrieben und da hat einer drunter geschrieben, ja, das sind doch, ich meine, Brian gegen Bandido ist doch ganz nett, aber da ist der Ausgang klar und der Rest ist so typische Dynamite Kosten. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja genau das, was ich meine. Wenn das schon typische Dynamite Kosten ist, wir kriegen Ricky Starks gegen Jake Hager, was man auch schon aufgebaut hat, wir kriegen Darby Allen gegen Kushida, was extrem cool ist, was richtig cool ist, Brian Danielson gegen Bandido, scheißegal, das ist genauso wie gegen Takeshita. Klar weiß jeder, wer gewinnt, aber mein Gott, du schaust ja die Wrestling Show, wenn du Wrestling Fan bist und verstehst, was da abgeht, sorry, aber wenn du eine TV-Show guckst, dann willst du unterhalten werden und die können mit dem Match unterhalten. Nach zwei Minuten ist dir das scheißegal, wer von den beiden gewinnt. Ja, eben. Youngbugs gegen Top Flight, what? Richtig geil. Willow gegen Tony Storm, wird auch richtig gut. Und Jay Liefel gegen Orange Cassidy und den All-Identic-Teil. Also, sorry, aber das wird eine geile Show. Ja. I hate to break it to you, aber das ist, das ist schon, also wenn das normale Standard AEW-Kurs ist, dann, ich sag ja, wir sind echt übersättigt von dem Ganzen. Für uns ist das normal. Das hab ich doch am Anfang gesagt. Dass das Problem daran ist, dass man dann irgendwie, dass es dann irgendwie vielleicht auch too much ist, dass man auch so Downer-Folgen vielleicht zwischendurch mal braucht. Ja. Wo vielleicht dann ein krasses Match war. Gibt's aber doch durchaus. Wir haben da schon, deine Matchs, wird dir mir gesagt, die war okay, ja. Aber es ist jetzt nicht irgendwie viel Aufregendes passiert. Ja gut, das Ding ist, man hat halt die letzten Wochen viel mehr krasse Matches gehabt, Woche für Woche, die die Shows halt komplett gefüllt haben, während wir jetzt nicht so diese heftigen Talking-Segmente hatten. Es gab ja auch schon deine Meister, da waren die Matches jetzt nicht so mega gut. Da gab's ein richtig gutes Match. Und dann, dann hast du halt aber noch eine krasse MJF-Promo oder CM Punk-Promo oder keine Ahnung, Jon Moxley-Promo, was auch immer. Oder Jericho-Segment. Da hattest du dann halt sowas in der Art, was das alles überschattet hat. Und ja, das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil wir haben ja noch, wie wir vorhin herausgefunden haben, noch sechs bis sieben Wochen zum Pay-Per-View. Ich glaube, die großen Promosegmente kommen erst so ab Februar. Ja. Von daher ist es vollkommen okay, dass man jetzt erst mal die Shows einfach einfach mal aufstapelt mit tollen Matches. Nur tollen Matches. Und es geht halt weiter jetzt diese Woche, deswegen habe ich da auch schon richtig Bock drauf. Da ist kein Match dabei, wo ich mir denke, das muss ich nicht sehen, sondern das sind alles Matches, wo ich mich drauf freue, tatsächlich. Weil ich genau weiß, dass die alle gut werden. Und ja, alles Leute auch, die ich mag. Von daher, warum nicht? Kann man machen. Sind insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Matches, ich denke, das reicht auch. Das reicht auch. Vielleicht noch ein Segment. Ich glaube, Hangman hat noch ein Segment irgendwie. MJF wird noch irgendwas haben, bestimmt mit dem Brian-Match. Ich hoffe, dass man nicht dasselbe macht, dass der wieder mitten im Match, wenn es da irgendwie was macht. Aber glaube ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht schaut er diesmal einfach nur von dieser Skybox da wieder runter oder so. Das wäre auch okay. Ja. Hast du noch was loszuwerden? Außer Dark Elevation. Nee. Vielleicht sollten wir nächstes Mal einfach die Sachen, die wir vorher besprechen sollen, auch vorher besprechen. Irgendwie schon, ja. Egal. Aber gut, ihr kennt uns. Es ist Montag, es ist spät. Es gehört dazu. Wir sagen einfach, die Katze hat uns abgelenkt. Böse Katze. Das kommt noch dazu. Böse Beats. Das kommt noch dazu, genau. Genau. Du willst noch was loswerden. Wollte ich noch was loswerden? Mhm. Ach, die Frage, oder wie? Ja. Okay. Gut. Dann, ja, natürlich wieder, ja, wunderbar am Start hier bei mir. Welches Match stand bei der ersten Show im LA Forum von AEW bei Dynamite da im Main Event? Zwar ein Singles Match und hier gibt es die Antwort für diese Frage für Quizmania. Und zwar war das John Moxley gegen Daniel Garcia. Ich glaube, viele von euch hätten das nicht erfahren. Ich wusste es auch nicht vorher, tatsächlich. Ich musste auch nochmal googeln, weil ich wusste, dass es bei der Show dieses Leather Match gab. Dieses Trios, nein, nicht Trios, Triple Threat Leather Match mit, ich glaube, Jurassic Express, Young Bucks und Harleys, kann das sein? Ich glaube, das gab es da. und die Hardys, die waren nicht dabei. Oder waren die Hardys dabei? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall gab es da dieses Leather Match und die Tag Team Titles und ich dachte mir, na gut, da wird das schon der Main Event gewesen sein, ne? Aber nö. Einfach mal random John Moxley gegen Daniel Garcia. Gut, jetzt wisst ihr es. Ich hoffe, ihr habt es auch erraten. Wenn nicht, dann jetzt wisst ihr es. Und ja, ich würde sagen, wir beenden diese doch sehr chaotische Elite-Hour mit Katzenunterbrechung, mit, ähm, ja, ein bisschen Chaos, aber gut, es ist halt Montagabend, ne? Wir haben es jetzt 21 Uhr 28 zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, es ist spät und wir hoffen, euch hat trotzdem die Elite-Hour gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Und ja, ich würde sagen, damit beenden wir das. Bleibt gesund. Viel Spaß bei deinem, mein Show. ihr seid auch so gespannt auf die nächste Show wie ich oder wie Kata, ne? Je nachdem. Hat er jetzt nicht, war jetzt nicht so mega geheilt, so was ich jetzt rausgehört habe, aber, ähm, ja, ich denke, du freust dich trotzdem, oder? Klar. Klar. Klar, klar, klar. Okay, dann hoffe ich, habt ihr so viel Spaß wie wir dann auch bei der nächsten Show und seid hoffentlich dann auch wieder dabei nächste Woche. Und es gibt ja wieder einiges an Wrestling, auch außerhalb von AEW am Wochenende mit Wrestling Kingdom, die Noah gegen New Japan Show, quasi die Ausgabe davon. die MUTO, oder nicht MUTO, great MUTO final show und ich glaube New Beginning ist auch noch am Sonntag die erste Show von New Japan, also es gibt einiges zu gucken und AEW natürlich auch. also, ja, viel Spaß, macht's gut, Kata darf noch das Ganze abmoderieren, macht's gut, ciao. Äh, Kata hat nichts zu sagen, ähm, nee, keine Ahnung, ich hab auch nichts mehr. Ist ja heute irgendwie Blue Monday, der traurigste Tag, äh, des Jahres, zum Glück kommt die Folge erst morgen, da habt ihr dann hoffentlich dann, ich hoffe, wir bauen euch, äh, morgen, also, für euch heute, jetzt, gerade eben, in dem Moment, haben euch aufgebaut. Ja, ich, ich geb auf, ähm, ich geh jetzt ins Bett, gute Nacht, bleibt gesund, macht's gut, ciao. greyhidee, guerra, 亮, Bradyt tsog. win, irgendwann, ende, kapitas wohl.